So, hier ein kurzes Vorwort, bevor der Vlog beginnt. Ja, es tut mir leid, dass momentan sehr unregelmäßig Videos kommen, aber die Zeit geht halt für mich ziemlich im Moment darauf, im Haus jetzt alles so langsam fertig zu bekommen. Und ja, das tut mir leid, aber ich kann euch auch leider nicht versichern, dass, wenn ich umgezogen bin, es direkt nochmal regelmäßig Videos geben kann. Denn da oben ist das Internet noch nicht so sehr ausgereift und da habe ich eine 4000er-Leitung und ich hoffe sowas von, denn wir haben den neuesten Router von Telekom, keine Werbung jetzt hier. Ja, das ist so ein Hybrid-Router, der geht halt auch mit LTE-Karte und ich hoffe sowas von, dass wir da oben so guten LTE-Empfang haben, dass es trotzdem akzeptabel ist, das Internet. Ich hoffe, dass es laufen wird. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Vlog. So, ich komme zu einem nächsten Video und ja, es hat sich mittlerweile hier oben wieder was getan und ja, ihr seht schon, ich habe meinen neuen Schreibtisch schon aufgebaut, den ich besorgt habe und ja, habe hier die Lampe festgemacht und ja, war noch in dem Möbelhaus für die Lampen und ja, hier habe ich noch eine und dann streitet das hier richtig schön in mein Büro rein und ja, die Couch, die haben wir auch rübergeholt. Die stand ja vorher drüben, da habe ich ja das Video vom letzten Mal damit angefangen und ja, hier ist so mein, glaube ich schon, meinen kleinen Laptop stehen und ja, hier kommt dann noch ein Büro-Schrank hin und da dann eventuell, weil es ist so ein Büro-Schrank mit so einem Zwischenteil, da will ich dann eventuell noch meinen Fernseher hinstellen und dann halt mit meinem Computer verbinden. Ja, der Stuhl wird natürlich nicht mehr dastehen, da wird natürlich mein Schreibtischstuhl stehen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in dem anderen Zimmer. Bis gleich! So, da sind wir auch schon wieder, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn mein Akku lässt so langsam nach und ja, ihr seht, ich habe heute meinen Raumteiler mitgeholt und schon ein bisschen hier dekoriert und hier schon mal meinen Nachttisch und ja, hier habe ich auch im Möbelhaus ein schönes grünes Lämpchen gefunden, was ja wirklich perfekt hier zu der grünen Wand passt und ja, so hat sich das bisher verändert. Hoppla, auf jeden Fall schon ein bisschen mehr und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns in dem nächsten Video wieder und ja, hier oben habe ich natürlich auch noch meine Lampe befestigt. und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir dann nach oben da, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, tschüssi!